Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über die Pixel Buds Series A. Das sind die neuen Kopfhörer von Google, die sehr kostengünstig sind. Ob sie was für dich sind, das versuche ich mit dir hier zusammen in diesem Video zu klären. Ja, es gab wie gesagt die Pixel Buds, die waren relativ teuer. Ähnlich wie bei Samsung, so kann man das verstehen, gibt es zum Beispiel die Galaxy Serie. Das sind die hochwertigen, teuren High-End Geräte. Und die A-Serie, auch bei Samsung meines Wissens ist das so, das ist dann so die abgespeckte Variant. Display ein bisschen anders, der Speicher etwas geringer oder der Prozessor. Und hier ist es ähnlich, hier sind Air Buds, die größentechnisch genauso sind wie die Air Buds. Nur das ist hier die Series A, die Größe ist identisch, das Aussehen ist identisch. Okay, die Farben sind etwas anders, wir haben hier weiß und grau. Es gibt diesen Kopfhörer in zwei Farben, einmal in diesem Weißton hier und einmal in Olive. Gewicht mit Case hat dieser Kopfhörer nur 53 Gramm. Das ist sehr human, aber wir haben natürlich, wie schon angesprochen, ist das hier die abgespeckte Variante. Und wenn wir schon beim Case sind, das Case der Pixel Buds war kontaktlos aufladbar. Das haben wir hier mit der Series A, der Sparvariante nicht. Wir haben also nur die Möglichkeit, die Kopfhörer im Case über USB-C zu laden. USB-C Kabel ist dabei. Auf der Rückseite haben wir eine Taste zum Verbinden für neue Geräte. Und auf der Vorderseite ist jetzt einfach nur die LED von unten nach oben gewandert. Ansonsten Dimension, Größe, wie gesagt, alles gleich wie bei den Pixel Buds, den sehr teuren Kopfhörern. Okay, welche Änderungen haben wir noch? Wir haben hier kein Noise Cancelling, sondern nur Lautstärkenanpassung. Bedeutet also, wenn ihr das Gebäude verlasst in der Stadt zum Beispiel und auf die Straße tretet, die Straßenbahn an euch vorbeifährt, dann passt der Kopfhörer die Lautstärke entsprechend seiner Umgebung entsprechend an. Aber ein Noise Cancelling, also dass Geräusche rausgefiltert werden, haben wir hier nicht. Was der Kopfhörer hat und ihn sehr angenehm zum Tragen macht, ist der Umgebungsgeräuschkanal. Das bedeutet, da ist wahrscheinlich irgendwo eine Öffnung und Co. Dass also der Druck, wie bei vielen Kopfhörern sehr unangenehm zu empfinden ist, ist hier nicht gegeben oder geringer gegeben. Wenn ihr diese Kopfhörer tragt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, die Außengeräusche wahrzunehmen. Also im Gegenteil von Noise Cancelling. Aber es ist nicht extrem hoch, kommen wir aber noch später zu. Aber beim Tragen wirklich sehr vorteilhaft, weil ihr nicht so diesen Druck habt wie normale In-Ear-Kopfhörer. In-Ear-Kopfhörer, diese Buds, die habe ich ehrlich gesagt immer gehasst. Also die Pixel sind jetzt die ersten, die ich sehr lange und sehr komfortabel trage und auch bei der Nutzung wirklich gut finde. Der Kopfhörer geht ja mehr seitlich. Er geht nicht direkt hinter der Bedieneinheit ins Ohr, sondern sie geht ja so seitlich weg. Und das hat natürlich diesen riesengroßen Vorteil, dass wir, wenn wir auf dem Kopfhörer rumtippen, den Kopfhörer nicht direkt in den Gehörgang drücken oder drücken müssen. Jetzt gab es in der Vergangenheit viele Kopfhörer, die wie hier auch ein Touchfeld haben. Und dann hat man den Kopfhörer bewegt und dann aufgelegt zum Beispiel. Man hat nachjustiert beim Sport und hat einen Gesprächspartner weggedrückt oder den Titel beendet. Daher hatten sehr viele diese Earbuds einen physikalischen Schalter, den man dann reindrücken musste. Und klar, wie eben angesprochen, den Kopfhörer dann in den Gehörgang gedrückt hat. Das habt ihr hier nicht. Wir haben hier ein Touchfeld, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Also eine Fehlinterpretation hatte ich so noch nicht. Also das ist wirklich spitze. Und was ich toll finde, bei anderen Kopfhörern gibt es immer so eine Pause. Das heißt, ich drücke einmal drauf. Da muss ich erst mal hören, hat er es jetzt genommen, hat er es nicht genommen. Und das ist bei den Earbuds oder den Pixelbuds von Google nicht der Fall. Das heißt, ich bekomme sofort ein akustisches Feedback, dass ich die einmal gedrückt habe oder zweimal gedrückt habe. Ein kurzes Bing, Bing, Bing. Also ich weiß genau, ob ich einmal oder zweimal gedrückt habe und ohne lange Wartezeit. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Aber wenn wir schon bei der Bedienung sind, wir können die Lautstärke der Earbuds nicht mehr über den Kopfhörer an sich steuern. Das finde ich sehr negativ. Das bedeutet also das Hoch- oder Runterwischen, wie es beim Vorgänger oder bei der High-End-Variante ist, die leider auch, glaube ich, nicht mehr zu kaufen gibt. Also den Pixelbuds war es möglich, die Lautstärke über das Rauf- und Runterstreichen zu verändern. Das geht leider bei der R-Series nicht. Das wurde eingespart, wahrscheinlich aus dem Grund, dass man sich halt, wenn man das haben möchte, den teuren Kopfhörer kaufen soll. Okay, wie verändere ich jetzt die Lautstärke? Da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Klar, ihr könnt zum Telefon greifen, es dort verändern. Ein bisschen suboptimal gerade, das möchte ich ja nicht und beim Sport sowieso nicht. Aber wir haben einen Google-Assistenten-Verbau. Das heißt, wenn wir dreimal, stimmt gar nicht, wenn wir gedrückt halten, dann startet der Google-Assistent und dann könnt ihr zum Beispiel lauter oder leiser sagen. Aber in der U-Bahn nicht so cool, wenn ihr da steht und mit euch selber redet und Co. Also in der Praxis nicht so der Hit, aber das ist möglich. Ich finde es nicht ganz so tragisch. Ich nutze Smartwatches und ich kann natürlich dann Spotify und Co. auch über die Uhr lauter bzw. leiser machen. Also für mich ist das jetzt nicht ganz so tragisch, dass ich dann einfach über die Uhr gehe und dann die Lautstärke hier direkt einstelle. Aber da grenzen sich die beiden Kopfhörer wieder klar ab. Die Series A ist da abgespeckt. Lautstärke über den Kopfhörer leider nicht einstellbar, außer über den Google-Assistenten. Und ich nehme auch an, dass das in einem Update soweit nicht von Google gefixt wird, weil ihr sollt halt die High-End-Variante kaufen. Meine Meinung. Okay, jetzt war das schon wieder ein bisschen negativ. Kommen wir zu den Vorteilen, die dieser Kopfhörer hat. Also erstmal preislich 100 Euro. Denke ich ist ein guter Preis für einen Google-Kopfhörer, der technisch sehr gut aufgestellt ist. Aber klar, mit Abstrichen. Was ich toll finde und wirklich hilfreich im Alltag, das ist die Tragererkennung. Das bedeutet, wenn ich den Kopfhörer aus dem Ohr nehme, beendet sofort die Musik. Also der Kopfhörer erkennt, dass er nicht mehr im Ohr ist und beendet das Abspielen. Wenn ich ihn im Gegensatz einsetze, habe ich sofort ein akustisches Feedback. Bing, ich bin da. Alles klar, ich bin verbunden. Wirklich spitze. Finde ich sehr, sehr cool. Ein Riesenvorteil, warum ich den Pixel-Kopfhörer so sehr mag, ist die kompakte Bauart. Ja, die den Vorteil hat beim Fahrradfahren. Mal angenommen, man würde sie beim Fahrradfahren tragen. Die Windgeräusche sind wesentlich geringer. Wahrscheinlich, weil einfach weniger aus dem Ohr rauskommt. Also das hat mich positiv sehr überrascht. Der große Bruder, die Pixel Buds, die haben tatsächlich eine Windreduzierung eingebaut. Hat aber die Series A definitiv nicht. Aber sie sind halt, weil sie so tief im Gehörgang sind, verbaut sind, vom Windanfälligkeit wirklich viel besser als andere vergleichbare Kopfhörer. Also da bin ich positiv sehr überrascht, was die Pixel Buds angeht. Akkulaufzeit beträgt bei dem Kopfhörer 5 Stunden. Ja, die erreiche ich auch, wenn ich nicht telefoniere. Telefonieren soll das Ganze nochmal um die Hälfte verkürzen. Also wenn ich jetzt zweieinhalb Stunden telefoniere, soll der Kopfhörer leer sein. Das habe ich nicht getestet. Aber 5 Stunden Musik soll er abkönnen. Und ihr könnt ihn natürlich wieder im Case aufladen. Dann hält der Akku oder die Akkus der Kopfhörer bis zu 24 Stunden. Also sprich, leer hören, wieder aufladen. Bis zu 24 Stunden. Soll dann mit einer Akkuladung der beiden Komponenten möglich sein. Im Lieferumfang neben dem USB-C-Kabel, ein Ladegerät ist natürlich nicht bei, sind auch drei verschiedene Aufsätze für den Gehörgang, dass ihr dementsprechend anpassen könnt, welche Größe ihr braucht. Die Kopfhörer sitzen sehr, sehr gut durch die Konstruktion des leichten, ich sage mal, Reinschraubens. Wirklich spitze, auch beim Sport und Co. fallen sie mir definitiv nicht raus. Also da ist designtechnisch wirklich eine gute Arbeit geleistet worden mit dieser Gummilippe hinten, die man aber nicht abnehmen kann. Damit hält der Kopfhörer wirklich sehr, sehr gut im Ohr. Meines Wissens haben beide Pixel Buds dieselbe Technik verbaut. Das heißt, der Klang ist bei beiden gleich gut. Die ist wirklich sehr spitze. Über die App könnt ihr den Bass nochmal verstärken. Aber der Bass ist nicht so extrem wie bei anderen Kopfhörern. Also wer wirklich auf richtig Hardcore-Techno steht und sehr starke Bessern mag, für den ist eventuell die Pixel-Serie der Kopfhörer nichts. Ansonsten finde ich es sehr harmonisch, das Ganze. Es ist nicht zu prägnant. Die Höhen sind vernünftig. Die tun mir nicht weh. Also ich finde das alles sehr gut vom Klang. Also da gibt es, das ist natürlich mal schlecht, hier rüber zu bringen. Aber das ist wirklich ein sehr gut klingender Kopfhörer, der ein wenig Schwächen im Bereich Bass hat, aber nicht falsch verstehen. Also es ist nicht so, dass man damit gar keine Musik hört, gar kein Techno hören kann. Nein, nein, also das ist wirklich gut auf einem guten Level. Aber das können eventuell andere besser. Also das ist wirklich spitze. Kommen wir zu den Nachteilen der Pixel Buds der Series A. Wir haben kein Noise Cancelling. Das haben wir definitiv nicht. Wir haben eine Rauschunterdrückung beim Telefonieren oder beim Musikhören. Ja, aber wir haben kein Noise Cancelling. Die Lautstärke wird angepasst. Ja, aber Noise Cancelling haben wir so nicht. Ich vermisse es ehrlich gesagt nicht so extrem bei diesen Kopfhörern. Aber nein, technisch ist es leider nicht gegeben. Die Lautstärke, das hätte ich mir gewünscht. Ich kann die Tasten der Kopfhörer nicht frei belegen, Stand heute. Ich glaube auch nicht, dass das gefixt wird in einem Update oder sowas. Also die Tasten sind fest belegt für Titel weitermachen und Co. Aber ich kann halt keine Lautstärke über die Kopfhörer einstellen. Ich muss mit anderen Sachen raussuchen oder Wege suchen mit der Smartwatch oder halt über das Telefon, was natürlich wirklich suboptimal ist. Nein, also Lautstärke einstellen über die Kopfhörer, no way, ist leider überhaupt nicht möglich. Aufladen nur über Kabel. Kabelloses Laden ist bei der gehobenen Variante der Pixel Buds möglich, aber hier nicht bei der Sparversion. Ansonsten, Sparversion ist ein gutes Thema. Für knapp 100 Euro oder 99 Euro bekommt ihr einen wirklich sehr guten verarbeiteten Kopfhörer mit einem richtig coolen Case. Hier klappert nichts. Hier ist alles super verarbeitet Google-technisch. Sie sind sehr klein, aber klar, das ist bei solchen Kopfhörern so. Ihr könnt die Geräusche machen lassen und auch so weitgehend den letzten Standort orten lassen. Das geht halt schon, wenn ihr die verliert. Aber das ist wirklich für den Preis wirklich absolut human. Es sind Sachen, die beschnitten wurden. Damit müsst ihr euch arrangieren können. Aber ihr bekommt für 100 Euro einen wirklich gut klingenden Kopfhörer, der vielleicht nicht ganz so bassextrem ist, aber auch einen guten Klang euch bietet und ein gutes Verknüpfen in das Google-Ökosystem. Und das war eigentlich auch schon quasi fast mein Fazit. Für 100 oder beziehungsweise unter 100 Euro bekommt ihr einen soliden Kopfhörer, der sehr ausgereift ist. Bis auf die lautstärkende Einstellung ist das wirklich ein super Kopfhörer, den ich so nicht mehr missen möchte. Ich habe kaum Druck auf den Ohren, er ist sehr angenehm zu tragen und das bietet nicht jeder Kopfhörer. Das muss man einfach so mal sagen. Ich hoffe, mein Video konnte euch weiterhelfen. Solltet ihr Fragen zu diesem Kopfhörer haben, gerne in die Kommentare. Ich versuche wie immer, jede Frage zu beantworten. Ich habe mir die Kopfhörer selber gekauft. Ich bekomme weder von Google noch von irgendeinem Händler Geld. Also wäre das cool, wenn ihr das dementsprechend würdigen würdet mit einem Like und so. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke euch und auch wieder. Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video.